Viele zu Ehrende waren willkommen im großen Saal der Landespolizeidirektion Wien. Vielfältige Ehrungen, zum einen die Aufklärung der Morde, die Anfang Jänner in Wien passiert sind, zum anderen Dankeschönsagen an Lebensretterinnen und zum dritten viele Beamtinnen und Beamte, die einfach Dank und Anerkennung für ihr langjähriges Wirken verdient haben, silberne und goldene Ehrenzeichen verliehen bekommen haben. Insgesamt eine tolle Veranstaltung. Im hektischen Polizeialltag kommt das Danke oft zu kurz und da ist es gut, wenn man solche Anlässe nimmt, solch einen Festakt auch durchführt, um den Kolleginnen und Kollegen auch wirklich ein großes Danke zu sagen, nämlich im Namen der Republik, im Namen der Bevölkerung.